Ich habe gehört, dass du aus den USA bist, nicht wahr? Ich habe einige amerikanische Süße. Wie? Ja, in Deutschland haben wir spezielle Online-Shops, die rar amerikanische Kandys kaufen. Und ich möchte wissen, ob du irgendwelche von diesen Kandys kennst. Ich habe die Kandys. 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 Oh ja. Du kennst alle? Ja, alle Kandys. Du kennst alle Kandys? Ja. Ich kenne keine Kandys. Oh ja, Kandys. Sour Patch ist groß. Oh mein Gott. Aber nicht Kandys. Das ist neu für mich. Ich weiß nicht, ob ich einen Kandys gesehen habe. Oh mein Gott. Das ist richtig. Diese sind bekannt. Ja. Die sind großartig. Wie Spaß. Ich weiß nicht, ob ich diese gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich diese gesehen habe. Ich weiß nicht. Und die Hershey, das klingt richtig. Aber ich habe sie nicht gesehen. Ja, du hast verschiedene Formen. Wie Spaß. Ja, ich versuche sie jetzt. Für YouTube. Vielen Dank. Ah, das habt ihr gehört. So. Das sind also tatsächlich amerikanische Süßigkeiten, Freunde. Ich kann euch mal die Box zeigen. Ihr habt es ja gerade schon ein bisschen gesehen, ne? In dem Fall ist das eine Box. Vernasche die Welt. Die machen so Boxen, wie gesagt. Ein monatliches Abo. Da teilt ihr monatlichen Betrag. Und dann kriegt ihr jeden Monat aus verschiedensten Ländern oder aus verschiedensten Bundesstaaten aus den USA Süßigkeiten zugeschickt. Das Geile ist, muss ich sagen, ich kriege die Box kostenlos. Ich kriege auch kein Geld dafür oder so. Ich habe dann auch einen Rabattcode, wo ihr 95% auf die erste Box, glaube ich, sparen könnt oder so. Das ist jetzt eine Box aus Illinois, wenn mich nicht alles täuscht. Aus den USA. Ich habe gestern schon das hier probiert, weil ich richtig, richtig gelüster auf was Süßes hatte. Dann haben wir Famous Among. Die meinten, die sind ja richtig bekannt in den USA. Warheads. Die habe ich schon probiert. Krattencandy. Und Sauerpatch. Die habe ich gestern schon probiert. Die sind krank. Und was steht hier noch? Ah, das ist ein... Nein, aus Tennessee ist das. Sorry, aus Tennessee. Also jeder im Bundesstaat in den USA gibt es immer verschiedene Sachen. Und hier stehen auch so Sachen drüber über den Bundesstaat. Fand ich sehr, sehr nice. Wie immer fangen wir an, würde ich sagen. Mit einem Getränk. Old Jamaican Ginger Beer. Geh shit, wir gönnen. Geiler Scheiß. Mh. Wisst ihr, wie das schmeckt? Schmeckt wie dieses Ginger Beer, wenn man auch Moskow Mühlen und sowas macht. So richtig schön scharf nach Ingwer. Wieso keine kroatischen Süßigkeiten? Gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht dazu gekommen, so am Markt zu kommen, zu fahren. Und das jetzt irgendwie rauszusuchen. Und ich hatte die Sachen noch in diesem Monat das Paket. Und bevor ich das irgendwie... Ich dachte so, bevor ich das jetzt irgendwie heimlich alleine probiere, teste ich das gemeinsam mit euch. Ja. Kann man machen. Muss man nicht machen. Wenn man ein Ginger Beer will, kann man holen. Aber mh. So. Dann fangen wir mal mit den beiden Sachen an, die ich schon mehr oder weniger probiert habe. Das hier. Sour Patch Extreme. Schau, da sind also so kleine Gummibärchen drin. Die grünen schmecken... Kennt ihr diese Dinosaurier, diese Gummibärchen-Dinosaurier? Die sind richtig sauer. Also richtig geil. Bruder sind die geil. Bruder sind die geil. Einfach mal Sour Patch probiert bei uns. Das gibt es hier auch im Rewe. Boah. Da muss ich so viel aber nicht übrig bleiben. Die sind so geil. Kann ich nur empfehlen. Muss ja noch Thumbnail machen, ne? Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, wird schon klappt. So, dann hatten wir noch hier diese Persis. Kennt eigentlich auch jeder. Das ist jetzt im Endeffekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe euch schon ein paar probiert, wie ihr seht. Zeigt im Endeffekt auch, wie gut die waren. Also die Gummibärchen waren noch besser. Aber die hier. Sehen so aus. Innen mit so einer Creme gefüllt. Recht weich. Nicht wie ein weiß überzogener Oreo. Nicht schlecht. Kann man machen. Auch eine gute Sache, würde ich sagen. So eine solide 6 von 10. Ich könnte es testen ja schon. Aber es ist geil. Ich liebe es immer. Ein kleiner Bruder liebt das auch. Ike and Ike. Keine Ahnung, Bro. Digga, was ist das? Vielleicht ist das meinst du schon aus innen aus? Digga. Alter, was ist das für eine geile Box? Das schmeckt wie Zuckerwatte. Warheads. Sour, sweet, fruity, chewy candy. Mh. 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 Nicht wirklich sauer. Ganz leicht nur. Könnte sauer sein, muss ich sagen. Also diese Dinger vorhin von dem anderen, die waren geiler. Hey, dann testen wir mal ohne die Chips jetzt. Wir haben hier Leute, haltet euch fest. Eine Mischung Walkers, Chips, Kooperation mit KFC. Double Crunch KFC Zanger. Digga, ich bin KFC Flavor. Schau ich jetzt mal an. KFC Flavor Max Satisfaction. Das heißt, es muss quasi super, super, super krass schmecken. Mach ich. Ja, kannst du mich grüßen? Heißt du Dominik. Servus Twitch Dominik. Habe die Ehre. Riecht ganz okay. Kann man machen. Mal gucken. Was glaub ich? Schmecken die? Okay, also Double Crunch. Macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre, würde ich mal sagen. Bisschen scharf. Kann man essen. Kann man gut wegsnecken. Ich weiß nicht, mich hauen irgendwie Chips. Die meisten hauen mich nicht so um. Chips ist auch wie so ein Ding. Ich glaube, es gibt keine Chips. Oder ist das bei euch so, dass ihr Chips probiert und dann beißt ihr rein und dann gleich so. Oh, sind die geil. Sind die geil. Dann ist er so. Kann man essen? Ja, isst man noch ein paar? Isst man noch ein paar? Isst man noch ein paar? Ja, kommt Digga, kommt noch ein paar. Und dann schaut mal, wer das ist. Im Film plötzlich ist eine ganze Tüte leer. Also nicht so eine, sondern eine richtige Tüte. Das ist, was ich meine. Gibt euch doch diesen Crunch. Das ist ja Crunch Overload. Ah, schon eher mit dem Handy. Wir haben noch zwei Sachen, Freunde. Die Sachen, die heben wir uns für den Schluss auf. Das sind die, die gesagt haben, die sind richtig fett in den USA. Was wir jetzt probieren. Ja, ich kenne die Marke nicht mal. Peanut Butter Filled Pretzels. Also Kretzelteig, der quasi mit Erdnussbutter gefüllt ist. Das könnte ganz, ganz, ganz kranke nehmen. Schon mal so schön der Spaß aus. Hör mal die Augen zu und versuch mich auf das Erlebnis einzulassen. Bitte achte darauf, dass du für die nächsten Minuten vollkommen ungestört bist, damit du dich voll und ganz auf die Meditation einlassen und dich in einen Zustand der Abs... Nach tiefer Meditation bin ich zum Schluss gekommen. Er schmeckt nicht geil. Er schmeckt weder krass nach Breze, noch schmeckt ein bisschen nach Erdnussbutter, aber er schmeckt nicht heftig geil. So, der letzte Snack, meine Damen und Herren. Tietdinger. Sieht für mich ganz ehrlich einfach aus wie stinknormale so Cookies, die man bei uns auch so immer kaufen kann. Würde ich mir nicht holen, weil die für mich einfach schon in so einer Verpackung furztrochen sich anfühlen und so richtig leben. Und so erwarte ich sie ehrlich gesagt auch. Und so erwarte ich sie ehrlich gesagt auch. Positiv überrascht. Ich würde mir die länger glaube ich in Milch hauen und dann essen. Die kann man eigentlich auch irgendwann weg snacken. Genauso wie die. Und der Rest. Besonders, besonders die hier. Dicke, dicke, dicke Empfehlung. Wenn ihr die irgendwo mal seht, kauft die. Aber nur diese Extreme. Also nicht normale, sondern Extreme. One zwei drei 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 drei